So, jetzt sind wir in der Festung. Haben wir die Unsicherheit? Schuhe, oder? Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Meine Fesseln? Hier. Ihr könnt euch Gunjas Kram ruhig nehmen. Der wird ihn nicht mehr brauchen. Gunja. Moment. Da nimm ich, oder? Nimm ich. Ich meine, ich brauch's da nimmer. Schuhe, legt die Rüstung an und schwingt die Axt. Ich werde versuchen, hier herauszufinden. Jetzt muss ich mich erstmal wieder orientieren, gell? Meine Fertigkeiten. Da hab ich mein Inventar. Eisenkriegs-Axt. Wobei, eigentlich bin ich ein Schwertkämpfer. Auf Kuh. Aha. Ein Fußlappen. Wobei, nimm die Stiefeln. Ein bisschen bequemer. Und die kann ich mal auf die Eins lenken. Jawohl. Die ist verschlossen. Versuch mir's mal beim Tor. Du bist schade aus. Schlüssel erforderlich. Ja, gut, den Hobinik. Toll, die. Freunde, Misshauser. Ich glaub, den Mikro kann ich kotzen. Ausdauer niedrig. Vielleicht hatte ja einer von den Kaiserlichen den Schlüssel. Einen Kuh haben wir gleich. So ist er. Schlüssel zur Festung Helgen. Ein kaiserliches Schwert. Das nehm ich. Dann besser auf einen Helm. Brauch ich nicht, oder? Und schwere Rüstungen. Mog ich ja nicht. Eine leichte Rüstung. Wobei, dann rennen wir rum wie ein Kaiserlicher. Dann besser auf. Vollnossen. Krieg dir mit. Und dann setzen wir das Schwert auf die 1, oder? Wobei, auf die 1 sitzt du. Auf die 2 mal Schwert. Darf ich sagen. Soll ich das? Kenn ich mich aus. Versuch, die Tür zu öffnen. Soll ich eben nicht gehen? Die 2 Hackel. Kommt doch wieder. Kommt, verschwinden wir von hier. Ehe der Drache den ganzen Turm über unseren Köpfen zum Einsturz bringt. Herr Bitter, wir flüchten mal aus dem Turm aus. Sicherheit. Bevor er die Krise gekriegt. Fassaden. Kein Nickel. Oh, sie haben die. So, dann haben wir da ein Schlung. Mit Bravour. So, dann hat der was. Nicht geh. Ich könnte dem aus dem Blüten und die gern. Zaubertrank. Hört ihr mit. Und ich denke mal so, der größte Feind im Spiel ist, der mir zwei Sachen sammelt. Und den ganzen Krippel bald nicht mehr schleppen kann. Bei der Feilung. Jawohl. Wie schaut denn aus? Haben wir eine Energieanzeige? Schaut nix aus. Ne Heilung. Freude. Weiß gar nicht. Na gut. Taut man nix so. Fertig? Dann gehen wir weiter. Wie schaut denn aus mit Speichern? F5G. Wie immer. Herr Rallof, wie schaut denn aus? Gehen zu. Der Foltermeister. Der Schlugen. Der Folterer. In der Folterkapuze. Stalldeutsch, warte mal. Der ist mir ein bisschen besser, he? Nein. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Drache aufgetaucht ist. Wartet einen Moment. Dietrich. Sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Es ist abgeschlossen. Sieht's. Aha, da ist er. Ob ihr das knacken könnt? Das Buch vom Drachenblut. Möglicherweise zu tun, wenn wir hier rauskommen. Lenni, da weiß nicht, geh. Schnappt euch etwas Nützliches und dann los. Eine Keule. Wobei, eine Keule schwinge ich nicht gern. Aber ein Schild, he? Ich bin besser auf mein Schild, wo ich denn das... Ich bin besser auf mein Schild. Ich bin besser auf mein Schild. Ich bin besser auf mein Schild. Das ist ein Gnecht. Die hat nix mehr. Ein Kriegshammer. Garnis in Balken. So, wie schaut denn aus? Ein Zauberbuch. Der Funken. Novizenkapuze. Ne Robe. Na gut. Wir verkauft. Verschämlich. Er hängt da rum. Zusammen reinlauf. Sind wir bald draußen. Du warte mal. Ich hab doch. Einen Stalldolch. Schaden sechs. Schaden vier. Wirf den weg. Hörmann. Wo sagst du? Ich glaub der kennt sich selber nicht aus. Der tut grad so. Der Befehl lautet zu warten, bis General Tullius hier ist. Nein man, wir wotnig. Ich werde sicher nicht abwenden. Und Himmelsrei. Ja. Oh, nicht hier. Ah. Lübegut. Jummi Sau. Im Grunde bin ich grad auf der Suche nach. Ausrüstung. Im Bogen. Jawohl. So, der hat da Pfeile. Du warte mal. Sauberbuch Funken. Ich bin sauber gelernt. Jawohl. Hör dir grad die Frage, Wurtertauber. Da ist er. So, Stromschlag. Der hat mal flammen. Und dann hab ich noch einen Bogen. Den seht ihr mir. Pass auf. Auf. Die Flammen. Oh Gott. Ich kenn mir bald ne Maus. Jetzt setz ich mir den Bogen auf die 3. Wo sagst du denn? Die Flammen auf die 4. Jawohl. Da gibt's Zunder. Auf. Scheiße. Jetzt hab ich den Vorketten gegrillt. Wir gehen voraus. Seht. Du solltest mal reinlaufen. Bist du wo du bist? Ne guter. Wollen versähen. Moment. Komm gleich. Mal sehen wo das hier hinführt. Mal sehen wo das hier hinführt. So. Jetzt haben wir. Vorhin. Da sind wir noch nicht. zurück. Das ist gut. Ich muss nur mehr zurück. Wir müssen weiter. Der Rest wird sich einen anderen Weg nach außen suchen müssen. Das ist gut. Ja. Du sollst mal reinlaufen. Achso. Mech du und dich. Geldbeutel. Jawohl. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Hier entlang. Ja. Renn mal hinzu. Dieser Depp. Oh Gott. Tschö. Da unten haust es unkensiver. Etwas Feuer gefällig. Schon oder? Geht du. Frostbissgift. Ja gut. Nimm mit. Verdammten Biester. Ein Granatstein. Jawohl. Reichtum. Ein Spinnenei. Räunig. Da bin ich doch in die Schläge. Hebeidorf. Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht antreten. Der Wichtiger. Lasst uns versuchen an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint heute sei euer Glückstag. Dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Den habe ich schon. Ich folge und gebe euch Deckung. Mit. Jawohl. Das ist nicht die Frage. Schleichen oder schlachten? Ich schleiche mal. Ich meine ich bin noch eine Katze. Ein Meister im Schleichen. Fast da. Oh. Halt doch vor Meister. Uh. Das war knapp. Das scheint der Weg nach draußen zu sein. Ich wusste wir würden es schaffen. Der Weg da draußen. Ja man. Hau sie doch. Die schnauht nicht voll von der Hülle.